Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Wir spielen heute Call of Duty Modern Warfare 3 und ich nehme natürlich die Strike Commit und die Scorpion, Splitter, Erschütterungsgranate, Fingerfertigkeit Bro, Hardliner und den guten aber alten Stalker. Jo, dann fangen wir mal an. So, erstmal hier die Franzosenmutten, weil das möchte ich jetzt nicht hier gerade in meinem Gameplay haben. 100 Punkte sind schon erzielt. Erstmal hier die Striker wieder nachladen. So, gehen wir mal nach rechts, nehmen den Berg nach unten und jetzt Kinder, jetzt schauen wir mal. Ah! Oh! Jetzt dachte ich gerade, ein Kamikaze von hinten greift an. Oh, aber ich habe mir auch wieder falsch gedacht. Ganz gefährlich die Situation hier. Da schmeißt ihr am besten eine Granate hin und haut ab. Die Röhre ist sehr gefährlich, da kommen die Gegner rausgesprintet, das glaubt ihr gar nicht. So schnell könnt ihr gar nicht sehen. So! Oh! 100 Punkte sind wieder erzielt. Ich lade wieder die Striker nach, gehe durch und hier habe ich ein relativ gutes Sichtfeld. Ich bewege mich weiter, gehe natürlich nach unten und die Treppe nach oben. Pass auf, dass hier keine Claymore liegt. 100 Punkte habe ich auch erzielt. So, warten auf Wiedereinstieg. 1-0 und da bin ich schon wieder. Hallo! Hallo Kinder! Sie haben Spaß jetzt beiseite. Die Striker ist echt eine coole Waffe, muss ich sagen. Da weiß man, was man hat. Konterdrohne 4er, auch schon erzielt. Habe ich mir aber chillig, chillig reingesetzt hier. Ah, die wollen gar nicht richtig sterben hier. Bin hier richtig schnell hier. Zack, zack hier. Der Pole von hinten. Perfect! Oh, und gemessert hat er mich auch. Sehr schön. Oh, mach auf die Röhre. Guck lieber mal hier, das ist ein roter Punkt. Das macht mir ganz schön Angst hier. Aha! Aha! Alberto! Das ist der Alberto, Jungs. Alberto-San. Von den Hamburger Hänger. Perfect! Das sind alles Alberto's. Verliebt in eine Natur. Aha! So, 0-1 und da bin ich wieder. Hallöle, so hoch. Habe ich die Skorpion mal mitgenommen. Aber jetzt schieß mal mit der Skorpion. Striker-Zeit ist vorbei. Und ich schmeiß erst eine Granate hin. So. Ach, oh! Da wirft doch irgendjemand was zurück. Auf das Geschenk kann ich aber richtig verzichten. Oh, gerade die Striker anlegen. Und es ist schief gegangen. Tot bin ich. Leider hat es mich erwischt. Ups, da habe ich mal weggeguckt. Musste mal blinzeln. Was ja eigentlich normal ist. Sofort tot. Neuhaus wird aufgesucht. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Äh, Spaß. So, beide geht's. Äh... Guckt euch den verdammten Sniper-Schützen an. Der Sniper... ...hat mich vernichtet. Ja, das war's dann eigentlich schon wieder. Von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.